Lernen Sie Lastry kennen. Ein vielseitiger Kinderhochstuhl, mit dem der Alltag leicht und angenehm ist und der Fröhlichkeit in den Alltag bringt. Aktive Mutter zu sein ist eine wahre Herausforderung. Vor allem dann, wenn Ihr Sprössling Sie ständig im Blick haben möchte. Mit Lastry müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen. Aus dieser Perspektive kann Ihr Kind alles sehen und mit dem weichen Einsatz ist es zudem immer gemütlich. In der Babyliege kann mein Liebling ruhig liegen oder herumtoben und ich muss keine Angst haben, dass es sich verletzt. Mit solchen Freunden wird mein kleiner Spatz sich mit Sicherheit nicht langweilen und ich habe einen Augenblick für mich. Nach dem Spielen und meiner Gymnastik nehmen wir uns Zeit zum Entspannen. Nur noch ein Augenblick und es ist Zeit für das verdiente Nickerchen. Meine Tochter wächst und Lastry ist weiterhin Ihr Lieblingsmöbelstück, denn wir können alles an Sie anpassen. Durch die einfache Verstellung können die Fußstützen und das Tablett genau an das Alter und die Größe des Kindes und die Höhe des Hochstuhls an den Tisch angepasst werden. Oh, ich glaube da hat jemand Hunger. Ich liebe unsere gemeinsame Zeit am Tisch. In diesem Hochstuhl schmeckt das Essen noch besser. Von einem Fleck zum nächsten, aber ganz ruhig. Ich kann das alles ganz leicht reinigen. Feuchttücher und andere wichtigen Sachen habe ich immer zur Hand. Das Mittagessen ist nun im Bauch, also wartet eine Belohnung auf meinem Spatz. Diesmal sind es Buntstifte, die ich in der Tasche versteckt habe. Weitere Vorteile von Lastry? Der Kinderhochstuhl hat ein fabelhaftes Design und passt überall. Ich kann sogar in Ruhe arbeiten. Es ist ein idealer und komfortabler Platz für mein Kind und eine hervorragende Unterstützung für mich. Kinderkraft. Easy with kids.